ja herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren folge 7 days to die ja auch heute geht es noch weiter ohne den guten Mihigowski ich denke mal das wird zum wochenende hin was werden wir sind jetzt erstmal hier fleißig entladen beim letzten mal war hier doch mal etwas voll habe ich schon mal ordentlich speck vorbereitet wir haben ordentlich was zu trinken dabei und wir haben ja noch die kleine aufgabe dass wir zu dem trader wollen aber ich habe jetzt mal was entdeckt hier ist nämlich noch ein häuschen und das sieht echt interessant aus das ist nämlich ein bisschen näher an dem ganzen volle dran und vielleicht nisten wir uns da ein aber ich sehe gerade hier ist eine insel ich glaube wir gehen auf die insel und wir gucken mal ob wir da was finden und wenn wir da was finden dann ziehen wir da ein wie schön in der mitte von allem so ein bisschen auf halbem weg ins ödland auf halbem weg ins schnee ödland also schneelandschaft und da wäre doch eine eigene basis echt geil schreibt an die kommentare ob ihr da bock drauf habt ich werde jetzt auf jeden fall mal hinlatschen und wenn ihr denkt genau der richtige ort um eine festung zu errichten dann haut mir das da unten drunter wir würde ich sagen ziehen jetzt erstmal los menge scheiß noch im inventar sich mit schleppen weißkulben naja ich wollte felder bauen aber halt doch nicht die sonnenbrille müssen nicht mitnehmen natürlich nicht um einen unterschrank bauen natürlich ohne die ersten hängeschränke auch nicht bauen weil wir kein holz waren und wir müssen was für die klamotten hin und daraus machen wir noch fixen unterschrank fix den scheiß reinschmeißen damit wir schnell los können sortieren geht das ein andermal bisschen wasser werde ich glaube ich mitnehmen also das heißt mitnehmen holen damit wir was ist denn hier los warum ist denn hier so eine action alter was läuft denn mit euch nicht richtig das war nicht so gut vier stück an der zahl alle gleich du bist gelähmt warum bin ich gelähmt das chill ich halt nicht aber gut wahrscheinlich weil ich ein ordentlich paar auf dem düst mir kommen habe warum seid denn hier so garstig bärstig frisch das spiegelladen und hier ist alles voll das ist nicht in dem umfang und er auch noch er meinte in der abkürzung das ist nicht in dem umfang das ist nicht in dem umfang alter vater hat hier die zhombie brigade einfach mal alle ihre kumpels mitgebracht die hat mir vor die tür eingeschlagen was denn los ich sag doch gar nicht halb 7 wer haut mir jetzt noch alles zu klein holz lass mir mal meine metallie heile penne was ist los kommt mir mal nicht blöde da braucht man nur schnell los hier sind noch zwei was geht denn ab ey putz ich muss auch gleich Ruhe Axtippe auch langsam reichen. Meine Güte, nun brauchen wir ein bisschen Eisen. Wir müssen erstmal alles wieder so halbwegs richten. Was für, Alter. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was drin irgendwo? Eisen, Eisen, Eisen. Ein bisschen. Vieles nicht. Hier wieder ein bisschen was rausholen. Eisen! Ich will einfach nur Eisen. Gib mir Eisen. Hier nicht einfach wieder Eisen rausholen. Aber auch Eisen reingemacht. Ah, nicht viel. Das könnte zum Problem werden. Gut, dann haben wir mal Schmiedeisen. Können wir doch mal eine Tür draus bauen. Geschmiedetes Eisen. Gib mir mal... 7 hatten wir da drin. Dann machen wir 13 einmal fertig. Und dann Tür... Eisentüle. Jo. Tresortür. Klingt auch viel besser. Natürlich Antibiotika. Wir machen erstmal eine Eisentür. Schmiedeisen brauche. Zehn Stück. Oh. Hier liegt ein bisschen was rum. Okay. Das sollte reichen. Tür. Ach, boah. So. Wir haben schon mal ein bisschen Eisen auf der Hand. Echt? Hier ist ja noch eine Tür. Ist mir gleich aufgefallen. Oh, zwei Türen. Ich habe hier seit Ewigkeiten eine Tür drin und die nie gesehen. Na gut. So. Wir haben die jetzt mal repariert. Wir werden die Kleine noch ein bisschen auf. So. Und... Brauchst noch einen Augenblick. Also ganz un... Ungesichert wollte ich das jetzt nicht zurücklassen. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, du willst eh auf die Insel umziehen. Das ist total der Blödsinn, dass du jetzt hier noch Eisentüren reinbaust. Oh, die baue ich noch einfach wieder. Eisekalt. Eisekalt. Der Wiesel geht aber innen auf. Okay. Kann ich leider noch ein bisschen aufwerten. Ja. Machen wir auch gleich. So. Das gleiche machen wir hier vorne. Eis voll mit Barrikaden, ey. Krass, der Shit. Was ist los mit den Leuten? Was ist los mit den Leuten? Ja, die können wir ein bisschen... Öh. Ist das jetzt gekauft? Ne. Nur gefiltert. Ich glaube, was da ist wieder und cool. Das hier ist vielleicht noch was. Oh. Guck mal. Ja. Genau das, was wir brauchen. Eisen. Und jetzt auch fertig. So. Oh. am frühen Morgen. Machen wir jetzt auf dem Weg zum Badesee. Gucken wir mal, wo die Affen so herkommen. Leere Sporttasche. Na gut. Hat das schon mal angefarmt irgendwie. Mal gefressen. Das war ein Akt. Ist ja immer noch Fähigkeitsbericht. Ich wollte noch... Das ist cool. Aber nicht das, was ich will. Hier war noch irgendwas. Was hier? Drunken Lucky Looter. Archery. Alles cool. Aber nicht das, was ich will. Living of the Land. Genau. So. Seats machen können. Das will ich schon mal haben. Ich glaube, auf der Insel mache ich mal ein kleines grünes Paradies. Ich werde das nach und nach größer bauen. Und werde dann die ganze Insel einfach abschotten. Ich weiß gar nicht. Kann man Boote bauen? Das wäre auch gut. Sonst wollte ich eine Brücke. Das kann ich eigentlich direkt machen. Dann bauen wir ein bisschen Holz ab. Ja, das machen wir auch. Ne, bin ich. Sonnen das? Oh ja, schön mit dem Berg. Das wird gut gehen. Wir bauen eine Brücke. Auf geht's. Dann lassen wir uns gar nicht lumpen. Außer so ein Pisting muss repariert werden. Mit Steinen, die ich nicht habe. Kann ich jetzt eigentlich nicht schon bessere bauen. Ein paar Steine wieder. Kann ich sogar eine neue bauen. Perfekt. Kann ich nicht. Was brauche ich denn? Krampfenfeuerung. Und noch einen Stein. Richtig? Ja. Blöden Stein finden. Der nimmt jetzt einen rosa. Bei 2 zu 2 wird's der. Ich bin doch doof. Ich hab doch die Feuerwehr-Achse. Ich muss doch viel schneller. Glock. Jo. Das hier abgelassen. Dann machst du deinen Holzblöck. Dann machen wir deine Brücke. Dann machen wir deine Brücke. Das ist jetzt schon mal mit viel. Und das geht hier. Ups. Oh. Kann ich nur nicht so lange machen. Schade. ich will mal ordentlich losbricht die Axt ist goldfertig sobald man die Weltbank hat das ist echt so ein massiver Powerboost sei es jetzt abbauen oder sei es kämpfen einfach nur rein so Holzrahmen ja, Flexion wäre cool aber brauchen wir nachher nicht ja, brauchen wir nach 90 Sorten reichen so wie bauen wir denn da am besten rüber nehmen wir uns eine schmale Ecke oder nehmen wir die nicht Querfeld ein wir machen das Querfeld ein ist da so ein bisschen schräg oder muss das natürlich doof aber gut das ist dann halt so das glaube ich auch mein erstes Bauvorhaben dann Mensch mal schauen mal schauen ob das was wird ne das gefällt mir jetzt schon nicht das finde ich jetzt schon scheiße das war auf Anhieb da geht's runter da kommen wir hier gerade rüber ich glaube da kommen wir direkt auf die Zunge da let's hope the best eins zwei drei stück breit und dann immer feste drauf auf aufhören können wir später mal na mach da bisschen Ständerwerk drunter zack huwala mal gucken wie weit wir kommen hm wie will wir denn hier ans Leder du ja moin das kommt vorbei ich glaube ich mach jetzt mal nur einen oder nicht nur die D so wie flamen wir jetzt eins zwei drei fünften auch die sechsten auch noch probier mal sieben acht ach das glaube ich nicht so acht stücke neu runter eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht ein paar bauen und dann mal gucken ernsthaft oh hi bist du tot? oh ne bist du recht endlich nicht ok also müssen wir was anderes machen das ist eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht gucken eins zwei drei vier fünf sechs acht neun und dann wollen wir nach unten ich hoffe mal das passt jo sehr schön eins zwei drei vier ups fünf sechs sieben acht eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht guck mal wieder hin das passt jetzt nicht das ist doch scheiße eins zwei drei vier fünf sechs sieben zwei drei vier na komm das wird interessant na kriegen wir es da rauf? nö was ist denn das für ein schönes Loch? na komm ja kriegen wir hin das ist doch scheiße das ist doch scheiße das ist doch scheiße ja das so was ein scheiß eins eins zwei drei vier fünf na komm wir sollen da rauf springen können denn so 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 tadaaa eins zwei ich glaube wir kommen dazu drei vier fünf 5, 6, 7, 8, und von hier aus, gerade runter, da komm, da steht da irgendwo, wo viel Sauerstoff ich hab, ach, da muss ein Wasserloch, und wir sind daneben, super, na gut, war nicht schlimm, ich mach mir eh die Welt, wie sie mir gefällt, na komm, jetzt rauf da, ja, das machen wir da rauf, an der anderen Seite einfach genauso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann hier gerade runter, ich kann so schnell schwimmen, so unglaublich, na lass, 1, 2, 3, 4, 5, meine Fresse, ich brauch, glaub ich, da noch mehr Holz, so, einmal Luft holen, einer kommt daneben, der hat was draufstehen können, und, ja, wir haben auch der Lego-Auto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so, einmal Luft holen, ganz zutschig, und runter, du kannst hier nicht atmen, das hast du mir schon bewusst, ich bin hier auf Baum und ich atme, das wird auch immer tiefer, so, logischerweise, na komm, ich hab echt keine Sauerstoffanzeige, wie scheiße ist das, das ist doch ein Mist, dir geht die Luft aus, jo, merke ich, ah, ich werde das dadurch geschwimmen, da etwas schneller, ich glaub, ich hab wieder Luft, nur so eine Idee, ok, jetzt bin ich schon wieder daneben, das passt doch wieder nicht, ne, dann machen wir was anderes, kriegen wir aber auch hin, alles machbar, arbeiten wir halt mit einem zentralen Sterneweg, so, hoch, 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 wenn wir anders lieber, aber ok, dann komm, ja, ja, ewig, dann sind wir ja schon mal ganz verstecken, warum sind hier jetzt Löcher, verraten wir das mal eine, so, wieder einen zum drauf stellen, zick, so, dann sind wir tatsächlich daneben, aber, nicht dumm, ja, geht doch, zack, 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 und nochmal einen drunter, das ist doch auch schön, so, das ist doch eigentlich ganz toddy, wird auf jeden Fall mal puten, ich ziehe das auch durch, eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nochmal nach oben, und, senkrecht runter, ich weiß, dass ich hier nicht atmen kann, wie es ist, auf zum Maul, wie du erstickst, lass jetzt mal hinne, und, ich verrecke noch, ich sehe das kaum, eins, zwei, drei, vier, und jetzt mal wieder hoch, der schwimmt aber auch langsam, meine Fresse, ja, ja, ich merke das, der schwinde nicht, ah, ah, du kannst hier nicht atmen, nur, ich sag mir was neues, ist, ich denke noch, ein bisschen schneller hoch, aber ich überlege, dass ich das noch ein paar mal machen muss, das ist ja irre langweilig, ein bisschen nervkitzeltes Ball, ne, man weiß nicht, ob man verrückt, so, ja, sind wir schon wieder daneben, nein, Vollträller, und da, und dann das Tattoo, 2, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und, oh, die geht noch um die Bahn, nicht sauber, und, oh, ich hab keine mehr, das ist doof, ja, die läuft da fleißig lang, kennt doch nix, ne, da kriecht noch einer, wobei das Kriechen ganz cool aussieht, ne, kommst hier hoch, komm, pui pui, ich warte auch auf dich, ich bin ja kein Unmensch, seh, da kommt er aus dem Wasser gekrochen, ja, war ja wohl nix, oh, echt jetzt, er hat sich das Bein gebrochen, hab ich die mitgenommen, ja, gut, dass wir die Form gefunden haben, so, prob aufs Exempel, wie gut ist das Spiel, und, putz, sehr gut, kann die mit Pfeil überschießen, macht vielleicht auch Sinn, ach, der Pfeil im Wasser stecken bleibt hingegen, oh, so, Nummer 1, und Nummer 2, so, dann holen wir noch ein bisschen Holz, meine Güte, das hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel Hilfe von diesen blöden Blöcken brauchen, aber wir sind schon mal da, das ebnen wir uns hier schön ein, und dann wird es schon Muggelitsch, freige Seiten auf den Brütteln, Yippie, noch mehr Wasser, und dann, ziehen wir fleißig durch die Gegend, so, Holzkram, 94 Stück, geht mir hart, ach, gibt es keine, haben wir noch Fähigkeitspunkte, ne, das wäre noch ganz klar, schwimmen kann jetzt wahrscheinlich noch schlechter, ne, gebrochenen Bein, sonst stehe halbe Stunde schon fast wieder rum, aber das ziehen wir jetzt noch durch, und dann gucken wir nochmal rüber über die Insel, das wäre so schön, so, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, und nochmal senkrecht runter, zick, das sollte jetzt langsam weniger tief werden, und das ist jetzt hoffentlich immer wieder schneller geht, mit gebrochenem Bein wird es natürlich viel schneller gehen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, ja, ich weiß, dass mir die Luft rausgeht, neun, neun, neun. Das ist Schwier, nicht so gut hier hin, nicht. Das ist kaum da, Mach, geht doch, zick. So, eins, zwei, drei, vier, und fünf, 8 schritt unter der kult das war nicht sauber runter 123456 loch im wasser ist der heim jetzt auf dem weg zu mir meine Brücke kaputt ja, lass es bleiben gleich hier dann kommen wir jetzt gleich trockenen Fußes wieder zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und von hier aus runter wir haben es tatsächlich fast geschafft aber El Colo kommt das ist weniger schön müssen wir hier echt auch noch so einen Tritt bauen das ist so na komm das werden wir jetzt mal gucken dass er sich nicht das Haus kaputt haut komm her lass das stehen sag ich dir bist du behindert? komm her okay so Arsch offen oder was so ohja machen wir gleich wieder heile gehen scheiß komm wir nicht weil Holz fehlt natürlich was auch sonst hau die mir aber die schöne Brücke kaputt Arsch offen ey blöder blöder bwl goal 5 das ist doch schon immer weit schön also fast geklappt así so hier war die blöder 1 2 3 4 5 6 7 8 da direkt drunter. Scheiße. Macht aber nichts. Kommt eh ne Treppe hin. So, jetzt holen wir noch ein bisschen Holz. Bauen wir ne Treppe ran. Und dann ist das doch schon fast ne wo wir können noch hier gerade rüber. Nee, ich bin da unten dran. Schöne Sander ist. Darf ich da nicht? Wieso darf ich da nicht? Ich habe eine Schaufel. Ich habe keine Schaufel. Schaut mal an der Axt. Machen wir das halt mit der Axt. Schön im Boden kloppen. Ja, nicht schön, aber selben. Steinschaufel bauen. Wäre wahrscheinlich die cleverere Lösung. Aber gut. Putz. Ach, die Fresse. Mann. Geht jetzt echtes Tamina aus, ja? So, das ist ein bisschen erholt. Und weiter. Gib dir Mühe, du Assi. Okay. Das. Ja. Oah. So. Wo war er? Das ist erträglich. Gut. Gucken wir mal. Treppe. So. Falsche Fabrik. Stairs. Holzstufen. Schuhe mit Brett, nennen wir mal ein richtiger. Ein 6 brauchen wir am Ende. Glaube ich. Erstmal hier. Und dann. Zack. Ich will den mit links bauen, ich weiß nicht warum. Dann wird das am Ende so aussehen. Und dann bauen wir uns hier den Gang fertig. Ich hätte vielleicht erst noch ein paar Bäume hacken sollen. Damit kommen wir nicht aus. Im zweiten Fall ebnen wir hier einfach alles nach. Wie klingt das so seltsam? Okay. Dann wird hier eine Ebene und dann bauen wir uns eine schöne Farm drauf. Schön Marschland. Und wenn Blutnacht ist, was ja in zwei Tagen schon ist, reisen wir hier einfach ein Stück von der Brücke weg. Oder brauchen wir hier so eine Zugbrücke nachher noch hin. Das wird gut. Alter. Geile Idee, Markus. Ich muss ähm... Holzrahmen. Manchmal auch so viele, die es gibt. Zack, zack. Dann nehmen wir einfach die Brücke runter. Z.B. hoch. Dann ist hier Ruhe im Karton. Dann können die versuchen, durchs Wasser zu warten. Aber das dürfte etwas zu weit werden für die guten Jungs. So. Drei. Meine Fresse. Ist ja auch ein lang geworden, das Ding. Wer hätte das erwartet? Ich überlege, dass ich die alle noch aufwerten will. So, dass es nicht ganz so potter, dass es leer aussieht. Da gehen mehrere Bäume drauf. Ich glaube, das mit dem dreifachen Ständerwerk, das werde ich mir sparen. Bauen wir einfach so einfach einmal runter. Gehe ich lieber noch einen da links rüber. So. Schi. Brauchen wir noch ein paar mehr. Aus Prinzip. Nachteil ist natürlich, wir werden da kein Haus drauf stehen haben. Das heißt, wir müssen uns komplett neu bauen. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Dafür dürfte es da am Ende echt geil sicher werden. Wir bleiben so lange in unserer Basis, bis wir uns die Zugtore leisten können. Und dann nennen wir uns hier schön ein. Ach, wir haben vor allen Seiten. Gut. Egal. Sie zählt alles. Das ist schön. Ich drehe die nichts weg. Das heißt, erstmal reichen die Füße, die ich habe. Und dann füllen wir uns hier doch einfach mal zu Hause. Gut. Die Hälfte geschafft. Das ist doch ganz cool. Wir haben Platz. Wir können ein bisschen buddeln im Zweifelsfall. Wahrscheinlich auch unter dem, was wir spielen. Das ist jetzt irgendein verstecktes Kavernensystem, was mich wundern würde. Wo unterirdisch was er fließt. Da steht immer noch ein Pfeil im Boden. Vielleicht auch Bude. Und. Tada. Na gut, das muss jetzt noch sein. So. Und dann haben wir hier. Die Brücke. Fein. Wir werden hier einmal. Mauern irgendwann drumherum ziehen. Dann können die mal gucken, wo sie bleiben. Oh, der will weiß ich. Schön. Wir sind auch schon wieder über die Zeit. Mann, 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 Mann. So. Jetzt haben wir ganz viel Holz. Jetzt können wir den ganzen Scheiß verbessern. Und wir werfen jetzt noch einen kurzen Blick auf die Insel. Wahrscheinlich ist hier nicht viel zu holen. Nö. Aber. Es ist sicher. Es ist wunderbar sicher. Es ist, glaube ich, so sicher wie nirgendwo sonst. Öh. Das muss ich mitnehmen. Und Bärchen haben wir auch. Das ist ja perfekt. Der sieht einfach mit irgendwem klopft. Puts. Ist das gemerkt? Noch ein. Noch ein. Was war's mit dem Bärchen? Wow. Wie gesagt, ich werde hier ordentlich einebnen müssen. Ansonsten wird das hier kämpfen und der Übersicht echt eng. Oh. Ich finde Stamina. Jetzt. Jetzt habe ich welche. Na komm. Außen. Eins. Zwei. So. Ist das jetzt ein echter Bär oder Mutantenbär? Ein echter Bär. Wie gut. Noch mehr Fleisch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mehr Fleisch als Eier habe. Apropos Eier. Der gute Junge muss was trinken. Mach mal. So. Also wie ihr seht. Erstmal ist hier nichts zu holen. Also wirklich rein gar nichts. Dann werde ich meine Lieblingsbeschäftigung nachher nachgehen müssen. Buddeln. Ich hasse Buddeln. Dann werde ich aber glaube ich vorab noch ein bisschen skillen müssen. Dann werde ich hier den Scheiß schneller abbauen. Dann werde ich mir eine schöne Schaufel bauen. Und nicht auf ein Ratzding. Wie beim letzten Mal. Und dann. Oh ja. Eine wunderschöne Festung. Irgendwann mal. Das wird eine Weile dauern, aber halb so wird. Gut. Das war es dann aber. Öh. Das war ein Schiss hier. Zack. Zack. Das war es dann erstmal für die Folge. Wir haben was völlig anderes gemacht, als ich dachte. Aber die Insel hier. Die Idee finde ich gerade einfach absolut pornös. Sodass wir das hier jetzt erstmal umsetzen. Ich denke mal, ich werde hier die Hütten noch verbessern, während ich offline bin. Und die Hütten, die Kästen. Und dann haben wir beim nächsten Mal schon eine wunderschöne Brücke. Alles klar. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholz. Wir sehen wieder. Wir sehen. Musik Musik